Hallo und herzlich Willkommen beim zweiten Teil von Mark of the Ninja. Ja, wir haben hier den ersten Teil gut überstanden und werden uns jetzt durch die Stadt Hoshi kämpfen. Volle Kanne. Ich erzähle euch die Geschichte von der Ing und die Championen, die vor uns vor uns. Vor der Restoration, als die anderen Clanen sträht und disbanded, ein Merchant sold uns ein Geheimnis. Er führt uns zu einer Flower, die Pätschern mit Toxin verbringten. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. That is why every champion vows to end his own life before he destroys himself. And the clan swore to go to him. We must act quickly. Count Karajan is the head of Hessian services. He is responsible for the attack on our clan. His tower stands behind ring upon ring of security. You must kill him before he can attack again. Uiuiuiuiuiuiui. Also wir müssen den Graf holen. Graf bla bla bla. Der sitzt in dem Hochhaus. Und die Tinte, mit der wir tätowiert sind, ist giftig. Und deswegen müssen wir unsere großartigen Fähigkeiten ausnutzen, bis diese Fähigkeiten uns in den Wahnsinn treiben werden. Ja, keine rosigen Aussichten, aber was soll's. Das Leben eines Ninjas ist halt kein Ponyhof. Was ist das denn? Was ist das denn? Ah, okay. Will ich da noch irgendwas machen? Nee. Gut, runter. Okay. Aha. Aber das geht aber nicht kaputt, oder? Aber wie soll ich denn da hinkommen? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Guck. Oh, fuck, fuck, fuck. Ja, okay. Ja, bis dahin hab ich's echt gut verstanden. Aber, ähm, das verstehe ich nicht. Was doof ist. Weil das sollte ich echt verstehen. Oh, okay, cool. Uh. Oh. Or, when he's dragged past them. Okay, okay. Oh, dude, wie geht das denn? Oh. Ja, ha, es wird nicht einfacher. Alles klar, alles klar, alles klar. Sorry, das hätte ich versucht. Okay. Okay, da könnte ich jetzt durch, theoretisch. Brauch ich denn noch den Typ? Nee. Okay. Gut. Runter. Gucken, ob ich hier aber lang muss. Ich glaub aber ja. Oh, mein, dieses Gebiepe. Das macht einen echt wahnsinnig. Das war knapp. Hoffentlich kommt der jetzt weit genug. Oh Gott, zieht der mich da oben? Nee, ne? So. Okay, kann ich den mitnehmen? Komm mal mit. Ob der da durch kann überhaupt? Ja, kann der. Ha, ha. Uh. Oh no! Ach, scheiße. Oh, jetzt stehe ich da oben. Oh, das ist ja viel besser. Hm. Aha. Guckt der immer in dieselbe Richtung? So, dann können wir den mitnehmen. Ah ne, komm ey, nachher gehen wir ja beide drauf. Ist mir egal. Geh ich ohne. Okay, weiter geht's. Kann ich einmal oben und einmal unten lang. Oh, fuck, 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 fuck. Da unten ist auch einer. Ich geh mal erstmal unten lang. So. Der wechselt die Blickrichtung. Okay, der läuft sogar. Okay. Okay. Okay, den nehmen wir jetzt aber wirklich besser mit. So. Was? War es nicht erfolgreich? Was hab ich gemacht? Ach, schade. Irgendwas hab ich nicht geschafft. Hm. Oh! Nicht nach oben gucken, nicht nach oben gucken. Bitte, nicht nach oben gucken. Oh, oh. Ja, das wird echt nicht einfacher, das Spiel. Ja, sehr gut. So. Oh. Er hat mich der Herr schon wieder gesehen. Alter. Das gibt's doch nicht. Was denn? Wo denn? Was wollt er denn? Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn? Nein, da komm ich nicht hoch. Alter, 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 alter. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. So, ich glaube, jetzt habe ich hier die meisten. Okay. Nein. Ich glaube, da oben ist nichts mehr, dann gehen wir hier unten mal rein. Eieieieiei. Steich dich in den Komplex. Karte. Eieieiei, das ist noch ein ganzes Stück, Leute. Gut. Ja. Karte gibt jetzt auch nicht so viel her, ich würde sagen, ich muss hier unten lang. Gut. Gut. Ah, gut. Das Geräuschentwickler. Ein kleiner Knallkörper, der die Aufmerksamkeit aller in der Nähe erregt. Sehr. Okay, der ist dann, wenn ich beim Steuerkreuz nach links drücke. Okay. Remember, if a guard is blocking your way, you can try to distract him. Ich denke, ich habe das nicht gehört, oder was? Okay. So, dann haben wir auch. Jetzt geht es da lang und da. Warte mal. Boah, was ist das denn? Gegenstand ändern. Ah, ne, warte mal, warte, 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 warte. Was kriege ich denn in da oben rein? Geht das? Nee. Springe und dann A gedrückt halten. Das mache ich doch. Keine Ahnung. Später. Weiß ich nicht. Geht es hier lang. So. Ach. Übel. Okay. Wir müssen hier lang. Ach. Ach. Übel. Okay. So müssen wir hier lang. Ach. Halt. Ach. Ach. Hier geht das auch nicht, ne? Springe und dann A gedrückt halten. Mach ich doch. Ja, Leute. Das kann was dauern. Wie ich da hinzielen soll, ist mir ein D ziel. Ich soll hier springen und A gedrückt halten. Und jetzt bin ich los. Das war aber... Ja. Das war aber close, ne? Hatte sie es gesehen. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Das hat geklappt. Stolz! Oh. Nein, nicht gehen. Schieb gut. Ah ja, genau, genau. Oh, no. Der ist ein. Ah, fuck, 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 fuck. Evil. You are evil. You must die. Evil, evil. Weg. Geh weg. Uh oh. Uh oh. Latch. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Was war jetzt? Bin ich gesprungen, anstatt da runter zu gehen? Schon wieder? Warum springt der jetzt auf einmal? Kann mir das einer erklären? Hallo, hallo. Das ist aber echt ätzend. Wow, das ist wirklich ätzend. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich schaff das, ganz bestimmt. Nein. So, mir ist wieder eingefallen, wie man schneller läuft. Besser spielt als lieb. Was ist das denn jetzt? Und da stehen da noch Leute? Smurlock, ehrlich. Spiel doch mal Work of the Ninja. Das ist voll lustig. Es wird dir so viel Spaß machen. Ja, ich glaube nicht. Ich rapsfahle den nicht, weil die laufen da jetzt zusammen. Und dann halt wieder auseinander. Und ich sehe hier diesen Sicherungskasten nicht. Und ich brauche ja irgendwie eine Leiche, die ich durch sowas durchschleifen könnte, wenn ich denn da durchkommen wollte. Und hier gibt es ja wirklich auch keinen Gang mehr. Oder? Nee. Es ist also hier durch. So. Ja, und jetzt? So, jetzt machen wir die auf uns aufmerksam. So. Und so ein Stück rein. So, dann gehen wir die wiederholt. Okay, 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 okay. Sehr gut, dann nehmen wir die mit. So. Ja. So, das hätten wir jetzt auch. So, dann geht es hier, glaube ich, weiter. Sehr gut, ein Artefakt. Okay. Irgendjemand möchte irgendwie in einem Radio hören. Oh, was war das? Oh, die hat mich voll erschrocken. So. Schön schnell durch. Okay, jetzt wird es wieder kniffliger. Aber ich habe ja hier... Ähm... Dieses Geräuschdingeling. Nein! Ah, enttäuschtbar. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Voll dumm. Voll uber dumm. Ja, zurecht hat er mich jetzt umgebracht. Ich glaube, ich habe etwas gehört. So. So. Okay, jetzt muss ich warten, bis der Scheinwerfer da wegblendet. So, da kann ich glaube ich hier rein. Oh, Scheiße. Nein, ich bin noch nicht ins Licht! Oh, Verräter! Scheiße! Dumm, 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 dumm. Hm. Dreht er sich jetzt nicht mehr um? Das wäre, das wäre fatal. Guckt einmal kurz in die andere Richtung, aber... Reicht. Cool. Super! So, lohnt es sich noch da zurück zu gehen? Ich glaube nicht. Okay, dann müssen wir hier weiter. Macht er grad was? Nee. Hm. Hier ist auch nichts von Relevanz. Oh, oh! Scheiße! Wie weit geht denn der jetzt? Er geht wieder zurück. Oh, no! Uh! Oh, Mann! So, dann gucke ich hier drüben nochmal. Ich habe mir das Gefühl, ich müsste hier noch ein paar Artefakte oder sowas mitnehmen. Naja, egal. Wir gehen weiter. Uh! Hessians troops are scouring the grounds. But we can sail right over them. Meet me on the roof. Okay, wir setzen uns auf dem Dach. Okay. Okay. Erstmal muss ich hier noch ein paar Leute ausschalten. So. Bald wird hier der Strom wieder eingestellt. Also... Schnell, schnell! So. Das hätten wir auch. Oh, Mann! Aha! Hier, da sind auch Leute. Hm. Wie geht... Wie geht der jetzt? Okay. Da würde ich durch die Tür kommen, oder? Nein! Fuck! Das ist aber echt doof gelaufen. Kommt der durch die Tür? Wettet ihr das? Ich hab's gedacht. All clear. Let's get out of here. Okay. Okay, der eine geht jetzt da lang. Der geht da lang. Die sind aber auch ziemlich aufgeregt, die beiden, ne? Hm. Hm. Naja. Hier war ich schon. Kann ich nichts mehr reißen. Scheiße! Ouh! Oh, Mann! Ja, das ist ja echt doof. Lass uns einfach abhauen. Wer braucht die schon, die zwei Pappnasen? Die kann gar nicht abhauen. Oh, schade. Oh, ich hab keinen mehr. Hey, I heard that. Must have been hit. Where is it? There's nothing here. Hey! Oh, fuck! Oh, nein! So, Leute, ich würde sagen, ob ich es noch schaffe und hier wenigstens ein Ziel erreiche, nämlich zerstören mindestens 20 Lampen. Sehr interessant. Ja, mal gucken, ob ich das noch schaffe. Das alles erfahrt ihr in Teil 3 von Mark of the Ninja. Bis dahin. Tschüss!